ja guten abend hier ist der europa 1 mit einem neuen video ich grüße euch erstmal glück auf und zwar geht es folgendes wie kennen wir schon ist aus dem letzten video haben wir uns als team beworben und das wird leute konto und wenn euch das interessiert ja der ekenball findet ja wieder stadt und das habt ihr da draußen natürlich alle gehört und ich hatte mir gedacht man dies ja wenigstens bewerben und wenn ich glück habe werden wir genommen wir haben uns natürlich beworben als team robert heinz ganz klar und zwar mein freund der paul linke mit inhaber von siss es gelsen dürfte gerne mal drauf gehen ich verlinke das unten auch das ist ein super shop da kann man gewisse dinge aus gelsenkirchen erwerben ganz tolle seiten ganz tolle produkte also ich mache da jetzt überhaupt keine werbung für aber wie gesagt kumpel von mir und der fährt mit mir zusammen diese challenge den hatte ich gefragt der hat ja gesagt und jetzt kommt das dollste unser wie die bewährungsvideo wird morgen gedreht in gelsenkirchen mehr verrate ich noch nicht sobald das fertig ist werde ich das natürlich online stellen und dann könnt ihr die ersten seien die unser video seht mit dem wir uns bewerben beim ekenball die bewerbung ging heute raus innerhalb von einer halben stunde hatten wir die bestätigung kann ich euch mal vorlesen ich mache den auch hier im hintergrund mit rein hallo team europa 1 vielen dank für die bewerbung zum ekenball 2020 um eure bewerbung abzuschließen schickt bitte eure bewerbungsvideo mittels webtransfer et cetera pp und rauf und runter viel erfolg bei der werbung euer ekenball 2020 orati ja ich bin mal gespannt ob unser video ankommt ich habe so ein grundkonzept im kopf aber jetzt kein drehbuch oder ähnliches und wir lassen uns ein bisschen helfen professionelle hilfe sage ich jetzt mal beim drehen lasst euch überraschen und was hat professionelle hilfe ja natürlich professionelle hilfe dreimal besser als das was ich auf dem kanal gemacht aber eben halt wir wissen noch nicht so genau wie wir das machen wir treffen uns morgen uhrzeit ist 20 30 in gelsenkirchen natürlich im ruhrpott so wie unser team heißt und sobald das fertig ist werde ich das natürlich online stellen und ihr seid die ersten die das video sehen dürfen ich glaube aus der bewerbung hier zu hören dass da keine einschränkung ist dass wir das video vorab schon zeigen also unser bewerbungsvideo auf unserem kanal lasst euch überraschen wenn euch dieses video gefallen hat ganz kurz ganz knackig wird gewohnt seid von mir dann lasst einfach ein like da im schlimmsten fall ein abo würde ich mich riesig darüber freuen und wenn ihr irgendwas habt oder anregungen dann bitte unten in die kommentare noch mal was dazu schreiben vielleicht sind noch ein zwei tipps für morgen dabei von euch würde ich mich riesig freuen vielleicht kann mal damit einfließen lassen also in diesem sinne glück auf team ruhrpott 1 bis dann tschüss